Hallo und herzliches Willkommen an das Lukas Maxx. Heute ein neues Video auf meinem Kanal. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, aber ich bin seit einigen Wochen nicht mehr so krass aktiv und heute das Statement dazu. Das erste große Problem, warum ich denn jetzt nicht mehr so aktiv war, liegt einfach daran, dass mir Fortnite keinen Spaß mehr macht, so richtig. Ich bin ja in letzter Zeit so ein kleiner Fortnite-Youtuber geworden und das macht einfach kein Fun mehr Fortnite. Klar, ich werde Fortnite immer noch weiterspielen, wahrscheinlich auch privat und bestimmt werden auch nochmal Fortnite-Videos kommen. Aber ich will jetzt nicht mehr so viel Fortnite auf meinen Kanal bringen, weil wenn es mir keinen Spaß macht, ist es auch nicht cool. Dann, wie ihr gerade schon seht, ich bin gerade in einer draußen-Location so gesehen und es werden jetzt auf jeden Fall mehr Real-Life-Videos geben. Bald kommt ein mega-nices Projekt, was über Jahre gehen wird. Lasst euch überraschen, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich das jetzt schon weiß, aber das Projekt wird nice. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Videos sehen wollt auf meinem Kanal. Es werden auf jeden Fall richtig nice Videos kommen, viel Real-Life, aber auch viel, was so mit Gaming zu tun hat. Und wenn ihr mehr Videos in dieser Location sehen wollt, lasst gerne mal Daumen nach oben da, die Location ist richtig chillig. Ich habe mir zwar jetzt gefühlt eine Stunde überlegt, wie ich das hier aufnehme, aber ja, geht klar. Und ich wollte mich auch nochmal bedanken für das krasse Feedback auf meinen Artikel-13-Demo-Vlog. Der war, ist krass angekommen. Am Grüße gehen raus an Gokinsohn, der sogar kommentiert hat. Richtiger Ehrenmann. Und kleiner Funfact mal an die Leute, die Standardskill aktiv schauen. Wenn ihr euch genau die Videos von Standardskill anschaut, so genau alles, dann werdet ihr bestimmt schon mal gemerkt haben, dass ich in jedem Video, wo er kreativ war, dabei bin. Ich kann euch jetzt einfach mal jeden Beweis einblenden. Paul-Berger gewesen? Digga, hier riecht es irgendwie nach angeschimmelte Banane. Den holen wir uns. Nein, wir kriegen ihn nicht erst unbesiegbar. Oh mein Gott, Lukas. Deine Banane hat zu doll gestunken. Ich hätte mal... Was sind wir denn hier? Ich hätte lieber mal gewaschen, die Banane. So, Gipfelstürmer, komm mal kurz zu mir. Oh, Bruder, ja. Ey, Lukas. Lukas ist gerade reingekommen. Eieieieiei. Hier, komm du mal schnell zu mir. Gez du, Granate! Oh, okay, ein paar haben überlebt. Hab ich dich getroffen? Hab ich dich getroffen, mein Schaden? Und ja, richtig... Standardskill ist auch so ein richtiger Ehrenmann. Und yes. Ich hab auch schon... Ich hab viele Projekte in Planung. Ich hab zum Beispiel so ein Projekt in Planung. Das wird dann monatlich einmal kommen. Und da will ich immer 15 Fragen an irgendeinen YouTuber stellen. Jetzt nicht so einen kleinen YouTuber, schon so etwas größerer. Aber ist halt schwer, an solche YouTuber ranzukommen. Ich glaub, wenn das Projekt anfängt, werde ich direkt einen großen YouTuber ranzukommen. Weil das... Ich hab so einen mit denen ist gar nicht mehr so schwer, so etwas aufzunehmen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es klappt. Wenn ihr auch Bock auf 15 Fragen an ein YouTuber-Projekt habt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und das war's jetzt auch schon wieder mit diesem Video. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst halt. Und yes, wir sehen uns das nächste Mal wieder, euer Lukaku. Ciao, ciao.